Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen coolen neuen Pile Up und God Mode Glitch zeigen auf der Map Blood of the Dead. Für das müsst ihr runter zum Strom gehen und dann ist ja da in der Ecke wieder so ein Pega Punch Automat. Wenn ihr jetzt da die Ragnarok Stäbe nach vorne nehmt, könnt ihr wieder oben drauf springen. Ich wollte doch noch testen ob ich da noch weiter hochkomme, aber es ging natürlich nicht weiter. Wenn ihr auf High Round gehen möchtet und wirklich Punkte ohne Ende machen möchtet, dann müsst ihr euch da oben hinsetzen mit dem Hell Reveaver oder wie das heisst, mit diesem Tomahawk da. Wenn ihr den die ganze Zeit nachher wirft, der ladet sich ja immer wieder auf und der geht nie kaputt. Das heisst ihr könnt da unendlich Runden machen und somit auch unendlich Punkte. Das heisst ihr könnt tagelang in so einem Gletsch sitzen, nach Hause kommen und immer wieder Zombies töten. Aber irgendwie ist das auch langweilig, weil ich meine ja. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ne kleine Bewertung da. Für alle die neu sind auf meinem Kanal, bitte mal abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und man hört sich im neuen Video wieder. Und dann geht es um Video.